Manchmal vergessen wir, wie simpel Glauben sein könnte. Vieles wird einfach verkompliziert und wir müssen zurückkehren zu einer einfachen Sprache, einem linearen Verständnis. Die Kirche kennt die Wahrheit. Wir wissen, wie das Ehe- und das Familienleben aussieht und was Gottes Idee von diesem Leben ist. Unsere Rolle ist es nun, das zu kommunizieren und diese wunderschöne Nachricht zu verbreiten. Ich denke, die schwierigste Aufgabe ist es, diese Nachricht in einer einfachen Sprache zu verfassen, so dass die Menschen sich auch dieser bedienen können. Papst Franziskus bringt uns Hoffnung. Ich denke, dass diese außerordentliche Bischofssynode eine Möglichkeit für uns ist, als katholische Kirche genau zuzuhören, um dann die Informationen und Zeugenaussagen aus der ganzen Welt zu sammeln und schließlich, hoffentlich, die Freibotschaft mit allen teilen zu können. Ich denke, das ist die gute Nachricht mit allen. Ich denke, das ist die gute Nachricht. Ich denke, das ist die gute Nachricht.